Sieben Meisterschaften bei zehn gemeldeten Mannschaften. Mit diesem eindrucksvollen Wert darf sich die Tischtennisabteilung des TSV Gräfelfing schmücken. Die Saison der Gräfelfinger Wölfe, die beste der Vereinsgeschichte. Geglänzt hat nicht nur ein Team, vor allem die Stärke in der Breite zeichnet die Abteilung aus. Neben dem sportlichen Erfolg engagieren sich die Tischtennisspiele auch sozial. Der Verein veranstaltet regelmäßig Inklusionsturniere. Jung oder alt, Handicap oder nicht, Hobby- oder Profisportler, alles egal. Nicht nur sportlich ist die Abteilung Tischtennis des TSV Gräfelfing bärenstark.